Die neuen EAFC-Couten sind hier und ich bin gespannt auf die Reaktionen von den Spielern. Schauen wir mal. Alexa! Du bist besser als ich. Das ist verrückt. Das ist nicht möglich. Das ist nicht wahr? Nein, das ist nicht wahr. Ich versuche, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist dir, mein Freund. Das ist falsch. Das ist wahr. Das ist wahr. 73, okay. Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich geht, oder? Das ist falsch. 69 oder 68. Boom! Ja, okay. Aber Tempo ist gar nicht geblieben. Das ist frech, ich bin locker schneller geworden. Boah, Tempo ist gut. Jetzt würde ich nicht steppen. 7, 8, 8, 30. Du laust nie zurück, Mann. Das machst du ohne. Wo ist er? Das ist gut, Mann. Das ist gut. 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 Bro. Ich kann uns bei FIFA nutzen. 57. Er hat mehr verdient. Ich schrafe das. Du musst auf jeden Fall anrufen. Oh! Und mal verdient. 70. 73. Das ist gut. Ja, das ist gut. Und jetzt? Was ist das? Das ist gut. Bro, ich weiß nicht warum, aber... Das ist gut. Bro, 60 piste. Das ist nicht möglich. Das ist gut. Das ist gut. Nein, Bruder, komm. Das ist gut. 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 Jetzt kannst du dich. Ich bin sehr glücklich, Brudy. Gold, Brudy. Gold! 81 bedeutet, dass ich schneller bin als du. Du brauchst das? Dankeschön! Wir kommen jetzt zu unserem Teil. Erste Frage, spürst du Fifa? Nein. Spürst du gar nicht Fifa? Echt jetzt? 70. Bro, 73. 73. Ist das okay? 73. Danke, danke. Kumpa, spürst du Fifa? Fifa? Was glaubst du? Was glaubst du? 70... 72. Nein, 65. Wirklich? 73. 73? Das ist gut. Jetzt sehe ich, dass du Fifa spürst. 73. Ist das okay? Ist das gut? Ist das gut? 88. Du bist das schnellstig. Du bist das schnellstig. Du bist das schnellstig. Ist das gut. Ist das falsch? Ohhhhhhhhhh. Das ist das. Wirklich, wirklich? Was glaubst du? Was glaubst du? Was glaubst du? 65. 62. 62. 62. 65. 62. Oh, no, 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 no. 62. 62. 53. 23. 25. 24. 24. 23. 25. 23. 25. Das ist ja? 70. 70, okay. Er ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Wir sprechen über das Schütte. Können wir sprechen über das Schütte? Es ist viel zu hoch. Ja, ich bin ziemlich glücklich mit 70. Wirklich? Ich denke, das ist gut. Bro, es ist viel zu hoch. Gib mir das. Bro, es ist nicht 70, es ist 73. 73, okay. Gib mir das. Es ist 73. Let's go, bro. Es ist 73. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Warum hast du gesagt? Was ist schütte? Letztes Jahr hatte du 69? 70? Denne Jahr? Ja, 70. Denne Jahr? Denne Jahr? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, nein, nein. Bro. Nein, nein, nein. Gib mir mir einen realen Link. Nein, nein, nein. Ich denke, das ist ein Link. Link ist nicht stark. Link ist nicht stark. Schmeckt weg, Mann. Gib mir einen normalen Karte. Das ist das. Das ist das, was ich magst. Das ist das. Same wie dir, Bro. 73. Solid Karte. Solid Karte. Gib mir das. Das ist wahrscheinlich den mest soliden Karte. Das ist das. Wir haben Karte. Ich glaube, das ist 68. Du denkst, das ist ein Downgrade? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen höher. 73. Bro. 83 Platz. Erste, erste Karte. Ist das deine erste? Ja. Ich sage 60er. Oder 59er. 59? Ja. 62. Ist das okay? 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 Ist das die erste Karte? Ist das die erste Karte? Ist das die erste Karte? Ist das drin? Ist das die erste Karte. Ist das okay? Ist das okay? Ist das okay? Ist das okay? Nicht das? Ist das okay? Nicht das. 74. Ist das? Nicht das Karte, aber es ist fast Karte. Ja. Schraubung ist Schörbar. Ich habe auch viele Karte. Aber wie? Oh, ich habe das Karte. Von der anderen Seite. Mit Schraubung? Gut Schraubung? Doch, ich habe es nicht. Nein, das ist okay. Es ist gut, brüchig. Danke, Brüchig. Jetzt ist es der Final. Ich weiß, was ich letztes Jahr aufgeregt habe. 74. Bro, 76 Tempo hast du, schießen 73. Das ist eine Frechheit. Bro, das ist eine gute Karte. Defending 49. So, das war's mit den Ratings. Ich denke, die Reaktion war halbwegs okay. Jetzt geht's ins Training. Bis zum nächsten Mal. Adios.